Euer Handy ist euch zu langweilig? Dann zeigen wir euch, wie ihr euer Samsung Smartphone mit Themes individualisieren könnt. Heute in den heißen Tipps und Tricks. Geht dazu in den Einstellungen auf Themes. Jetzt öffnet sich der Themes Shop, in dem ihr zum Beispiel nach einem bestimmten Thema suchen könnt. Oben könnt ihr dann einstellen, dass euch zum Beispiel nur kostenlose Designs angezeigt werden sollen. Wenn ihr euch für ein Design entschieden habt, tippt ihr unten auf Download und danach auf Anwenden. Wenn ihr mehrere Themes heruntergeladen habt, könnt ihr über My Stuff schnell zwischen euren Favoriten wechseln.